Hallo Freunde, willkommen zurück zu Rayman Revolution. Heute mit einem Bosskampf. Bossfight-Ding. Ach du Scheiße. Bam, bam. Oh meine... Ist ja geil, guckt mal. Ich hab ja ein Upgrade gekriegt von Glowbox, wenn ihr euch erinnert. Jetzt hab ich richtig rote hier. Bam, 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 bam. Ist ja geil. Okay. Wusste ich nicht. Oh nein. My Game Over. Geht doch nie. Ah, ich muss da angreifen. Okay. Oh Scheiße. Bam, bam. Der hat da eben... Also habt ihr es eben gesehen? Auf der Rückseite des Schiffes war so ein Symbol. Meine Leben, Alter. Ah ja. Okay. Bringt mir aber nicht viel, weil ich nämlich gleich Game Over bin. Boom. Wow, wow, wow. Ich mich hier auch hier mit so wenig Leben grad durchkämpfe, ey. Natürlich. Gleich bin ich aber tot. Wow, Alter, Schwede. Oh nein. Oh nein. Toll. Äh, natürlich. Nicht nur mit halbem Leben. Das ist mal wieder super nett. Okay. Macht euch nix. Wir werden den Boss jetzt mit Leichtigkeit erledigen. Boom. Ich wäre so geil, dass meine Dinger abprallen. Vor allem, dass ich so schnell schießen kann. Das ist eine richtig geile Attacke. Wow, wow, wow. Cool, ich mache eine Rückwärtsseite dann. Seht ihr das? Voll Zelda-mäßig. Wie oft muss ich denn das machen? Oh, Leben. Leben. Komm richtig zu mir angeflogen, ey. Habe ich sonst nie gemerkt. Na ja. Sterbt alle, ihr dummen Piraten. Ich mache sowieso niemand. Okay, und rauf. Sieht so aus, als wenn ich es noch zweimal machen muss. Och, Mensch. Hör auf, immer die gleichen Attacken zu benutzen. Wow. Was macht ihr heute noch so? Ich kämpfe gegen ein paar Piraten. So, tschüss, dummes Schiff. Tschüss. Tschüss, dummes Schiff. Okay. Ähm, ich würde jetzt eigentlich da weitergehen. Bin ich mir gerade nicht wegen Glowbox sicher. Alles klar. Wir brauchen ihn sogar. Guck mal. Guck mal, erst wenn ich näher rangehe. Hier hört man ihn schon. Oh Gott, Glowbox, ey. Wow, 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 wow. So, mein lieber Glowbox, jetzt mach doch mal bitte deinen Regentanz. Diese Musik, ey. Diese Scheiße, ohne Witz. Wow. Wir hören Glowbox, hat sich wieder Angst. So, Glowbox, kann's kommen. Müssen wir echt jedes Mal wieder zu ihm hingehen. Ah. Da hab ich ja jetzt schon keinen Bock mehr drauf. So, was ist hier? Ich will Looms haben, bitte. Looms wären voll geil. Okay. Ich geh davon aus, dass ich das rote Ding aktiviere. Dann kommen Piraten oder sowas. Geh da hoch, Mann. Okay. Ah ja, da ist der letzte Dings. Der letzte Postkasten, wollte ich gerade sagen. Reicht mein Ding jetzt auch weiter? Das hat sich gerade unglaublich zweideutig angehört, aber ihr wisst schon, was ich meine. Yay. Ich weiß gar nicht, wofür die gelben Looms oder die blauen Looms gut sind. Ich glaube, es ist wirklich für Lai. Da oben ist ja auch ein Lai-Ding. Ich denke, wenn wir da 5 Minuten befreit haben, können wir so dieses Minispiel da machen, wie wir es ja schon mal gemacht haben und versagt haben. Ich geh mal oben hoch. Oh, Rayman. Ich probier mal aus, was passiert, wenn wir in den roten Lichtstrahl laufen. Ah ja, okay. Und der läuft einfach durch hier. Okay. Aber ich will da jetzt nicht, ob ich... Ich will mir erst mal die Looms da oben holen. Ja, ja, ja. Dann habe ich die Befürchtung, wir müssen das einfach mal abballern. Noch nicht. Hä, wie geht denn das weg? Jetzt ist es ja weg. Das bringt irgendwie nichts. Interessant. Und ich will irgendwann nochmal da hoch. Was? Hab ich gerade gehört? So ein Help-Geräusch. Wo hier keiner mehr ist. Interessant. Wo können wir denn noch reden? Help. Ich hab euch doch schon alle befreit. Ich hab euch doch schon alle befreit. Macht das schon wieder seinen Regentanz da, oder was? Da kann ich nicht hoch? Okay. Dann breit wir uns von seiner Wampe ab. Mach was, Globox. So kommen wir nicht weiter. Der kriegt mich gleich. Hey, wie geht's denn hier weiter? Bin ich jetzt völlig blöde? Hä? Hä? Wie kommt mir das... Geht doch nicht. Ich komme mir ja nicht hoch, wegen diesem dummen Ding da. Und Globox kann dann Regen tanzen scheinbar auch nicht machen. Globox, du Trotte, ey. Versuch mal was. Boah, ganz ehrlich, Freunde, ich hab keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Ach, das ist wieder so eine Pflanze, die er anmüppeln kann. Ah. Och, Mensch, bin ich blöd im Kopf. Wieso macht er manchmal die Rückwärtsrolle und manchmal nicht? So, haha, ist ja lustig. Okay. Versteckte Aktion hier. Identifikation im Gange. Ja, ein Busch. Alles okay, nur ein Busch. Mit großer Nase. Tür ist deaktiviert. Hast du erst gesehen, das stand gerade desaktiviert? Mhm. Genau, Spiel. Okay, ist ein Kleinling wahrscheinlich drin, ne? Jo. Okay. Da ist der Ausgang der Welt. Da möchte ich aber nicht rein. Weil ich immer noch... Scheiße. Ich kann nicht mit ihr kommen. Globet will nicht sehen. Wer zum Teufel ist, Ooglet. Jetzt sieht mich der Strahl nicht mehr, ne? Natürlich. Ich will doch... Ich will erstmal da oben an die Lumps kommen. Wie... Wie komme ich da ran? Oder muss ich vielleicht das Ding drehen? Mit dem... Mit dem... Mit dem... Pinken Lumpen da. Das kann natürlich sein. Und genau so ist es auch. Juhu! Alles geschafft. Und jetzt verlassen wir mal die Welt. Komm. Ich kann nicht mit dir kommen. Globet will mich sehen. Ist ja gut, Mann. Okay, Bonus-Spiel machen wir mal. Ist wieder das gleiche Spiel. Das gleiche, total schwachsinnige Spiel. Ja. Okay. Diese süße kleine Werden geschenkt für Rayman. Übrigens, ich hab mich seit der letzten Folge mal erkundigt, wie das geht. Und... Ich hab immer noch keine Ahnung. Ganz ehrlich. Das Heavy... Halte! Hilf dem Babylobers, vor dem Piraten zu ihr zu gelangen. Ja, genau. Mach ihm deshalb Mut. Halte starten. Drücke X. Drücke Kreis oder 4x, so schnell du kannst. Start halten. Ah, ich muss abwechselnd machen. Alter, das müsst ihr jetzt voll laut hören. Warte mal. Hä? Ich setz mich mal anders hin. Oh, neu starten. Na, geht auch. Alter, ist das anstrengend. Alter, das müsst ihr richtig laut hören, wie ich jetzt darauf hämmer gerade. Hä? Ja! Alter Schwede. Willst du das Rennen neu starten? Drücke X. Drücke sonst Start. Start. Okay, wir haben natürlich kein Geschenk gekriegt. Das war nur so ein Random Rennen, glaube ich. Alter Schwede. Das müsst ihr jetzt richtig laut gehört haben, wie ich die Anzeige so... ...gemacht habe. Oh, jetzt ist der Plätschicht in Kontroll-Option komplett hin. Äh, nee, mach ich später. Kriegen wir jetzt irgendwas Cooles, weil wir es mir nicht spielgeschafft haben. Nö. Die haben auch nichts mehr zu sagen. Rayman, die Piraten haben gerade kamen, den Baal gefangen. Och. Lauf schnell zur Wallbucht und befreit dorthin, gelangst du vom Globox-Garten aus. Toll. Okay. Finde ich jetzt so ein bisschen lustig, wie halt immer die Story so komisch weitergeführt wird. Naja. Freunde, ähm, um echt zu sein, ist es schon wieder an der Zeit, den Part zu bänden. Und ich glaube, ich werde im nächsten Part nicht zu Carmen gehen. Wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde wieder zu dieser Zuflucht von Wasser und Eis oder so gehen. Und werde mal gucken, ob ich da die letzten Lumps mir holen kann. Okay, Freunde? Das tun wir. Also, Freunde, bis zum nächsten Part. Ciao. Die Muck ist geil.